Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist mal wieder Dinozeit und da wollen wir mal wieder vier Ü-Eier aufmachen. Hörspiel gratis, wie beim letzten Mal auch, zeige ich dann kurz bevor die Figuren auf den Drehteller kommen. Und wieder die Bitte, schaut nur einmal euch das oder hört euch nur einmal das Hörspiel an, dass neun weitere denn auch noch eine Chance haben, sich das anzuhören. Seid wenigstens so fair und macht es so. Danke. So, wir machen das hier wieder auf und holen wieder die beiden obersten hier raus. Die hier. Das sind dann wieder die Dinos. Hier ist das Spielzeug. So, wir fangen wieder hier mit dem Spielzeug an. Klappert noch ein bisschen. Das ist bestimmt irgendwas zum Zusammenbauen. Jawohl. Achja, das sind hier diese Roboter, die eigentlich keiner braucht. sind von Maxi oder Mixart. So, ich baue die mal kurz zusammen. So, so sieht das denn aus. Und die restlichen Klebestreifen, die man nicht braucht, die kann man dann hier einschieben. So, das war nur noch Spielzeug Nummer eins. Ach Mensch, komm her du. Machen wir jetzt Spielzeug Nummer zwei auf. Hier bröselt einiges. Das klappert auch wieder nur ein bisschen. Ja, auch wieder was zum Zusammenbauen. Auch wieder von Mixart. Solche Teile hier. So ein Roboter, den man denn auseinander nehmen kann. Also, so wird das gemacht. Das kann man denn hier von so auf stellen. Und dann kann man hier mit diesen Männchen, kann man denn hier irgendwas drauf malen. Und dann nimmt man hier hinten das Ding. Und schwumm. So eine Art Zaubertafel. So, und dann kann man das Männchen, kann man denn hier so als Kopf rein machen. Zack. So, und dann sieht das Ganze so aus. Ja, ich sage mal, ist schon ein bisschen interessanter als so ein 0815 Spielzeug, weil hier ist schon ein bisschen Raffennässe mit dazwischen. So, und jetzt kümmern wir uns natürlich um die Dinos. Wir schauen uns mal die Dinos an, welche wir da jetzt haben. Aha. Wir haben wieder diesen, wie beim letzten Mal auch. Ich baue den mal ganz kurz zusammen. So. Hier geht wieder auch wieder das Maul auf. So, dann haben wir den schon mal doppelt. Und dann schauen wir uns den zweiten mal an. Hoffentlich ist hier wieder das gleiche Feed drin, wie vorige Woche. Dann habe ich zweiter Bild. Doppelt. Ja. Ich habe zwei Doppelt. Prima. Prima. So. So sieht der Bursche aus. So. Wie versprochen, zeige ich euch jetzt den Einlöscode auf der Seite von Was ist was. Jetzt könnt ihr euch diese Hörgeschichte anhören und bitte hört sie euch nur einmal an, weil das Ganze kann zehnmal abgehört werden und so haben zehn Leute die Chance, sich das einmal anzuhören, als wie wenn jetzt hier einer fünf, sechs Mal sich das Gleiche anhört. Wäre ein bisschen egoistisch, sage ich mal und wäre nicht schön. Denkt an eure anderen Mitzuschauer und Zuschauerinnen und guckt euch das gemeinsam an. Hier ist der Code. Den könnt ihr euch aufschreiben. Dazu könnt ihr auch kurz das Video anhalten und könnt dann euch das anschauen auf der Seite. Die anderen können dann hier noch weiter gucken bis gleich. Die Figuren werden gleich nochmal auf dem Drehteller jetzt gezeigt. Also bleibt dran. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020